Das ist schon ziemlich cool. Ey, warst du im Kino, oder? Ja, ne, klar. Ja, okay, jetzt einfach. Ja, Mann, du wolltest ja grad gucken, wo es einen guten Dings gibt. Ja, ich geh nicht arbeiten, ich hab nicht so viel Geld, ich kann nicht arbeiten. Guck den im Kino, ey, der lohnt sich echt. Also, wenn er diesmal keinen Oscar kriegt, dann werden sie auch nicht mehr. Äh, warst nicht erst vor kurzem, dass hier irgendwer gesagt hat, jemand von einer Oscar-Nominierung hat irgendwie irgendwas Schlimmes getan? Und dann stand nur bei Nein-Gag, ja, wir können uns sicher sein, dass es nicht Leonardo DiCaprio war. Äh, hinter uns sind irgendwelche Gegner. Di, sag doch was, wenn du da hinten stirbst. Ich denke, ihr könnt selber auf die Map gucken, oder so. Ja, wenn das für ein Argument, wenn auch immer überraschend wer kommt und kann uns was sagen. Wenn irgendwelche Leute hier von hinten anrennen, dann kannst du... Ja, gut, dass ich halt dort gestorben bin. Alter, ist der tot. Alter, das kommt grad raus. Oh, hier sind viele Leute und so. Äh, ja. Ja, aber Thomas hat dir gesagt, wo der ist. Er hat nur gesagt, ja. Nein, da war ne Claymore. Ich bin einfach nur an der Claymore gestorben. Ja, wir sind immerhin. Ey, warte mal, was? Wo ist das denn hier? What? Oh, warte, ich glaub ich wusste, was ich auch nicht war. Warte. Soll ich bitte. Der animiert. Boah, ich hasse Vada. Ich schaff nicht mehr hier. Ich möchte nicht mehr hier stehen. Ich leg deinen vor. Ich glaub ich spaw nicht bei denen. Ich kann diese End eigentlich auch in einer 64er Map. Das ist Alex und so aufgemacht. Ja, das Enden, tal ich mal. Das klingt wie dein Geist. Naja, wahrscheinlich wird es deswegen so echohaft, weil mein Mikro ihn ja auch noch aufnimmt. Voll gut. Ja, ich find's total verstörend. Cool, ich hab bei der Granate Granatensplitter getwittert. Ja, ich find das aber grad so, wie's grade ist. Äh, die Möbelichter ist sehr ungünstig. Ja, danach kommt er nach dem Map. Echt? Ja. Fallen ist hier Franty Fire an oder so? Nee. Das ist ständig aber irgendwie toll. Da könnte ich Thomas betrollen. Boah. Fuck. Shotgun. Ich kam bis jetzt doch gar nicht dazu, irgendwie. Nein, der Granat nicht später berutscht. Aber doch, gerade hab ich ihn. Boah, ist das sinnlos hier. Da geht mein' ich ja die üblich runter. Erinnert mich an Domination mit 64 Leuten. Oh, ich war da immer und bin hot! Was soll denn das? was ich glaube dass ich mit Null Leben getötet bei dem Titel an die Senat und er hat mich getötet und lebt noch ohne wiederbelebt zu werden aber mann du bist ein Hirn das ist doch immer so schon bei der 3 das ist die 3 nicht gespielt ja aber bei der 4 ist es bestimmt jetzt auch nicht das erste Mal passiert doch das ist zum ersten Mal passiert wahrscheinlich hat das auch noch die Anzeige ich gucke immer unten noch die Anzeige und es ist gerade zum ersten Mal passiert also mit ein Leben hatte ich schon öfter aber mit Null aber dann spielst du wirklich wenig Battlefield weniger als ich oder vielleicht schon vielleicht habe ich auch einfach nicht drauf geachtet Null würde mir auffallen wenn da dran steht also demnicher Großteil von der Zeit im Drahtzeig Thomas! ja Hilfe du bist doch der der nach links gegangen ist oder? du bist doch der der nach links gegangen ist oder? naa Thomas ist nach rechts ich habe mir belegt ob ich da links ok der der nach links gegangen ist ein Arschloch gewesen weil da kamen 3 Leute ja ich habe mir belegt ob ich nach links gehen soll und dann kam niemand und dann dachte ich mir ich renne lieber mal nicht da lang ja da kamen 3 Leute ja die habe ich nicht gesehen Alter warum wackelt das da? Alter man ja das habe ich nicht gehört auch gesagt ich weiß ich nicht ich glaube zu Thomas kommen wir nicht vor nee nee da geht was mit Null weg aber auf einmal was ein Surprise Recall da das ist irgendwie war ich nicht doch ich glaube da geht man nicht vor oh fuck ich kann mich gar nicht mehr sterben wo wo jetzt mich die Splitterkalate hier oben erwischt random Autokeek for a member and VIPs yeah gleich wieder tot und irgendetwas schießt hier hier da unten wackelt oh was ich bin ach ne du bist ja rein gelaufen Leute rutsche direkt an so nem Glockentor ne ich das ziehe mir gerade aus also ich bin Alter die verbrennen ne leid ich dann darf ich nicht rein ja ich bin hier rausgelaufen na lesen hier oh ne ich hab ja nicht schossen das war ja auch nicht wirklich große Möglichkeit das Spiel zu treten weil hier einfach schon alles so hoch durch das Deck rumlaufen. Ah, das schläft ne kacken Möp. Die wollen das aber so, bis es so ist. Gehen wollen. Ich seh gar nichts. Ey, werf mal ne Kanade da rein! Werf mal ne Kanade da rein! Oh Mann! Oh Leute, red nicht in meine Kanade! Lasst uns hier durchrennen, bestürmen Sie! Ja, ne. Lass mal lieber gehen, das ist dumm. Gibt es einen Fall. Ja. Oh, da kommt welche von hinten. Du hast dich sehr voll im Hut! Alex, hey, endlich haben wir uns mal getroffen! Schön, dich zu sehen! Tod! Oh, was? Wie er da steht, ey, wie die absoluten Vollspacken in so einem Gang. Käse, red mal bitte! Danke! Das war übrigens ich und hier der Käse! Ja, also das Resultat zählt! Danke! Ja, auf der anderen Seite kommen hier auch keine Leute. Boah, Granate! Warum seid ihr einfach nicht mit durchgelaufen? Äh, dort sind Gegner, wo ihr langgelaufen seid. Ja eben, aber die hab ich denn gekillt. Ne, die hat sich nicht gekillt. Am Anfang hab ich sie gekillt. Sag mal, können wir aufhören zu sterben? Tötet doch einfach mal was! Ich brauche das! Ich brauche das! Positiv, gell? Alter, ich kann ja nicht durchlaufen, Mann! Ne, kommst du nicht durch! Ach du, da kommt gleich welche von oben! Was, Scheiße? Wie überlebt die denn? Ah, Granate! Ich hab grad Mr. Wave gemacht! Boah, Hilfe! Ja, übrigens, wir da oben sind Leute! Ja, von unten kommen auch genügend Leute! Ja, werft mal Granaten in den Gang! Ja, ihr müsst mal nach oben gucken! Ja, ihr müsst mal nach oben gucken! Überall sind die ganzen Leute! Ja, ihr habt mal Granaten in den Gang! Ja, ich fühl mich hier! Ich fühl mich hier! Das gibt's nicht, Null Leben! Das gibt's nicht, Null Leben! Und da ist ja alles mit! Null Leben! Schocken die, ne? Das hat Deft mit Rassismus nicht gut eigentlich! Oh! Ja, komm mal, ich würd dich gerne wieder beleben, aber wir kommen noch nicht vor! Ich glaub, wir sind gleich umsingelnd von Gegnern irgendwie! Sind wir jetzt schon? Die sind grad durch den Tunnel erreicht gekommen! Ja, da kommen Gegner durch den Tunnel! Boah, heiß! Ja! 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 Ähm! Boah, so geh mal ja außenrum! Ja, wollen wir mal außenrum nach hinten! Wollen wir mal nach vorne! Was wollen wir denn hin? Ja, ich würd, ich würd... Geh nach vorne! Dann komm auch nicht! So ein toller Mensch! Wo rennt ihr hin? Ich weiss nicht, ich renn nur einfach hinterher! Geht wie lange alle rennt falsch ran! Ich bin doch einfach nur hinterher gelaufen! Ja, ist doch falsch, ey! Thomas, hast du jetzt eigentlich mal Steamboi geschaut? Nein! Ich hab keinen Mervo dafür! Hä? Ich hab dir einen Link geschickt! Was? Äh... To Gramba? Ja! Ja und... Also, die Untertitel sind auf Englisch, aber das... ...müsste ja verkaufen, oder? Ja! Wieso stirbt der Eric hier oben, ey? Ja! Ja! Ich hab's geschafft, mich für meine eigene Granate zu killen! Komm! Vorbei! Oder geh vorbei! Dann geh ich mit so über 2er KD raus! Aha! Easy going! Fass! Ich hab auch locker über 2! Hey! 2, 9! Das ist so... Alex, hättest du das hättest, oder was? Was hast du denn für ein Mikro? Jedes Mal nicht auf dem Tisch klopf, hör ich das da... Das ist Motivierung! Oder so! Ah... Oh, Mann!